Am 19. und 20. März 2024 schwebten acht Propheten durch die Luft hinauf auf die Kuppelbalustrade des Humboldt-Forums. Damit ist an der Westseite die äußere Rekonstruktion des Berliner Schlosses mitsamt Kuppel nach historischem Vorbild vollendet. Die letzten Kupferarbeiten an der Kuppel waren Anfang 2020 erfolgt, bis Ende Mai 2020 wurden das umlaufende Schriftband fertiggestellt und die insgesamt 18 Tonnen wiegende Laterne mit dem Kreuz auf die Kuppel gesetzt. Ebenso wurden die, die viertugenden Stärke, Mäßigung, Gerechtigkeit und Weisheit symbolisierenden Figuren sowie die Propheten Moses und Ideas auf dem Eosander-Portal platziert. Im Juli 2022 folgten dann die Anbringung der Bronzen- und Reliefplatten und im April 2023 der großen Wappenkartusche. Darauf bin ich ja schon ausführlich in einem Video eingegangen. Die Wiederherstellung der alttestamentarischen Prophetenfiguren Daniel, Hesekiel, Hosea, Jeremias, Jesaias, Jonas, Zacharias und Zephania hat der Stiftungsrat des Humboldt-Forums vor drei Jahren beschlossen. Geschaffen wurden sie dann von acht verschiedenen Bildhauern. Vorlage waren historische Fotos, da die Originale bei der Sprengung des Schlosses 1950 zerstört wurden. Anfang März wurden die Statuen dann zum Humboldt-Forum transportiert und an der Südwestecke aufgestellt. Eingetütet warteten sie auf ihre Bestimmung. Die Sandstein-Skulpturen sind jeweils 3,30 Meter groß und drei Tonnen schwer. Für das Hochhiefen wurde ein 500 Tonnen schwerer Kran benötigt, der schon beeindruckende Ausmaße hatte. Voraussetzungen für eine sichere Montage waren kein Regen und vor allem wenig Wind. Am 19. und 20. März 2024 herrschten zum Glück ideale Bedingungen. Mit der Arbeit beauftragt war die Firma Bamberger Natursteinwerk Hermann Graser, die im vergangenen Jahr bereits die Kopie des Sanchi Torres auf der Nordseite des Humboldt-Forums geschaffen und aufgestellt hatte. Jede Figur wurde von Mitarbeitern der Firma mit zwei TÜV-geprüften Schwerlastgurten verteuht, die jeder auf eine Traglast von vier Tonnen Gewicht ausgelegt waren. Nach der Befestigung an den Kranhaken wurde hier die Figur probeweise 1,5 Meter angehoben und, wenn nötig, nochmals fester verteuht. Anschließend erfolgte die Fahrt gen Himmel. In diesem Zusammenhang möchte ich mich herzlich bei Yilmaz Eisensohn bedanken, der mir sein Video- und Fotomaterial zur Verfügung gestellt hat, da ich selber zu den Zeiten, als die Figuren hochgezogen wurden, nicht anwesend sein konnte. Auf der Ballestrade angekommen, wurden die Propheten mit großen Metalldübeln befestigt. Die Bildhauer hatten dafür an der Unterseite der Statuen jeweils Löcher vorgeschlagen. Insgesamt haben die Arbeiten wie geplant zwei Tage in Anspruch genommen. Hesekiel wurde als letzter der Propheten am zweiten Tag gegen 17 Uhr montiert. Die Dachterrasse war während der Arbeiten nicht zugänglich. Die folgenden Aufnahmen konnte ich erst am nächsten Tag bei deutlich schlechterem Wetter machen. Alle Rekonstruktionsarbeiten sind damit noch nicht beendet. Bis 2025 sollen weitere 18 Balustradenfiguren in barocker Anmutung auf der Nord- und Südseite des Humboldt-Forums aufgestellt werden. Für deren künstlerische Ausgestaltung gibt es einen Wettbewerb mit eingeladenen Bildhauern. Genauso wie die Rekonstruktion der Kuppel mit Schriftband und Kreuz hat die Aufstellung der Propheten ganz unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Von Begeisterung bis heftiger Kritik. Hier auf die Debatten einzugehen, würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Aber im Internet findet man ja genug dazu. Neben der Kuppel steht inzwischen eine Informationstafel mit einem Text, in dem die Institutionen des Humboldt-Forums sich zur detailgetreuen Rekonstruktion und der Endschrift der Kuppel äußern und ankündigen, sich in ihrer Programmarbeit kritisch damit auseinandersetzen zu wollen. Ein geplantes Kunstprojekt, das eine temporäre Anbringung einer zusätzlichen, transparenten Textebene über der Kuppel in Schrift vorsah, wird aus Kostengründen allerdings nicht realisiert. Im Außenbereich und im Schlüterhof des Humboldt-Forums setzt die Stiftung nun auf moderne Akzente. Recycelbare Outdoor-Möbel des Modells Vienna, die es bereits seit über 20 Jahren im Museumsquartier Wien gibt, sollen zum Entspannen, Lesen oder Treffen mit Freunden einladen, heißt es. Die preisgekrönten Sitz-, Liege-Chill- und Kletterobjekte aus recyceltem Polyethylen könnten nach Ablauf der Lebensdauer wieder zu 100% recycelt werden. Die ersten 30 roten Wieners wurden bereits aufgestellt. 30 weitere Möbel in rosa werden folgen. Super bequem finde ich die Wieners nicht, sie werden aber angenommen, wie man sehen kann. Das Umfeld des Humboldt-Forums hat damit ein paar Farbtupfer bekommen und sieht vielleicht etwas weniger öde aus. Aber jede und jeder hat sicherlich seine eigene Meinung dazu. Auf Rückmeldungen bin ich gespannt. Wie immer freue ich mich über jegliche Unterstützung meines Kanals, sei es durch Kommentare, ein Like oder eine Spende. Bis zum nächsten Video, alles Gute und Ciao!